Klasse, super. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, ja. Ich bin Sven Lehmann, ich bin 37 Jahre alt, lebe seit etwa 15 Jahren in Köln und kandidiere zum ersten Mal für den Deutschen Bundestag. Genau, perfekt. Mein Herzensanliegen ist soziale Gerechtigkeit. Ich möchte mich an die soziale Schieflage in unserem Land nicht gewöhnen. Ich möchte mich nicht daran gewöhnen, dass Kinder bekommen für viele ein Armutsrisiko bedeutet, dass viele Menschen im Alter nicht ausreichend Rente haben. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass alle Menschen gleiche Chancen, gleiche Rechte haben und sozial abgesichert sind. Und das ist ein wichtiges Ziel für meine Arbeit im nächsten Bundestag. So sind wir all hierhin, ihr Kumme, wir sprechen Hück all dieselbe Sprach. So heißt es ja im Költen Stammbaum und das ist für mich auch wirklich eine Vision, dass ich mich für eine Gesellschaft einsetze, in der Menschen unterschiedlich sind, aber trotzdem gleich an Chancen, gleich an Rechten und gleich an Würde. Das ist für mich Motivation, mich für diese Demokratie einzusetzen. Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Wir sind die erste Generation, die die Folgen des Klimawandels so richtig zu spüren bekommen, aber auch die Letzte, die was dagegen tun kann. Wir müssen weg vom Verbrennungsmotor und stattdessen hin zu mehr Bus, Bahn und Radverkehr. Was mich nervt, ist, dass die Grünen dieses Image als Verbotspartei haben. Jeder Mensch soll so leben, wie er leben möchte, soll das Essen und konsumieren, was er essen und konsumieren möchte. Aber der Staat hat die Aufgabe, Massentierhaltung zu überwinden und hat die Aufgabe, die Umwelt zu schonen. Und für diese Politik setze ich mich ein. Herzlich willkommen zu France of Europe! Ich bin groß geworden in einem freien und geeinten Europa. Ich setze mich ein für dieses Europa und dafür, dass Europa demokratischer wird, dass Europa sich nicht abschottet und dass Europa sozialer wird, auch gegenüber den Ländern des Südens. Köln ist eine großartige Stadt, eine internationale, lebenswerte Metropole. Damit es in Zukunft auch so bleibt, brauchen wir eine soziale, ökologische und weltoffene Politik. Sven, wählen heißt, Gerechtigkeit, gleiche Rechte und einen wunderbaren Menschen zu wählen. Ich setze mich ein für eine lebenswerte grüne Stadt und eine gerechte Gesellschaft. Und dafür bitte ich Sie um Ihre Stimme, für mich und für die Grünen bei der Bundestagswahl.